ähm gut wir fangen dann an wir fangen herzlich willkommen zu new super mario boss u nein natürlich super luigi u und wir fangen jetzt an ja wir nehmen das jetzt auf wir nehmen das sogar im live stream auf das heißt leute die das jetzt auf youtube sehen haben das schon verpasst ihr hättet es im live stream sehen können und die leute jetzt live dabei sein glücklich also wir spielen das new super luigi u dem addon das jetzt rausgekommen ist und hier habe ich mal getestet aber ich fange mal neu ich lösche es kaputt und neu erster interagieren auch ein bisschen mit dem chat nicht wundern als es auf youtube sehen tuten tut zwei spieler da könntest du mopsi nehmen ich nehme jetzt ich nehme jetzt einmal mopsi okay und wenn mich das dann nervt dann für die leute die jetzt wissen was mopsi kann weil in dem teil kann man mario nicht spielen mopsi ist unverwundbar gegen gegner und kann keine power ups aufnehmen was er mit dem power ups macht seht ihr dann gleich und ich finde das das intro ist übrigens das gleiche nur dass mario's mützen unterliegt ist echt so hier du kannst auch hier drauf spielen ich will aber nicht da drauf spielen auf dem gamepad manno tollt der wieder ist es jetzt alles noch mal alles nein die welten sind anders also die level sind anders die welt ist die gleiche ja aber also wieder noch mal genauso viele level ja fall ich denke schon 80 stück sind das ist ja und ich weiß nicht ob das mit shortcuts abgekürzt wird was sind 80 level ich weiß nicht ob da auch noch alte bei sind und die level haben alle nur 100 sekunden marke das ist ja das verunruhigt mich ich weiß gar nicht ob das im original intro auch so war nein da war man ob sie nicht mehr nein 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 ihr merkt wir machen das ein bisschen im schnell durchlauf wir lassen zum beispiel unsere klappe nicht zum intro weil wir kennen das ja alles schon ja das ist ja also uns geht es um die level ja das intro ist jetzt ja nicht so ich kann das spiel bei so wenig mehr also vor allem wenn man gerade einen heck auf der alten wii aufnimmt ich meine das ist echt so ich spiele überhaupt keine jump and runs das ist gelogen da ist mobsi gar nicht ist gar nicht gelogen willkommen bei den feist hörnchen hieß das erste level auszubauen echt ich glaube schon los geht's oh gott ich muss jetzt mal kurz hier ausprobieren diese du bist unverwundbar du wurdest jetzt nicht ich kann ich kann so irgendwie so ich kann auch so flattern ja wie ging das noch mal so ich will das ding haben nein du glaubst mir das nicht nur mit der fiese konterpart du ich kann so ein flatter sprung ich finde mobsi rutscht so doll das rutschen ist jetzt auch neu du hast mehr die fähigkeiten von luigi glaube ich war so die rutscht auch so ein bisschen ekelhaft das rutschen vielleicht ist luigi ja mobsi man weiß es nicht wir wollen alle am allerliebsten alle münzen haben aber dafür bräuchte ich jetzt so einen anzug anzog ich brauche einen anzug mann ich brauche einen anzug scheiße ich opfer mich verdammt wir haben nicht mehr viel zeit das rutschen ja das ist voll schlimm ungewohnt da komme ich gar nicht mit klar wenn du wechseln willst musst du sagen müssen wir gleich mal neu starten also das spiel ja ich mache jetzt noch ein bisschen aber ich glaube ich bin ob sie doof schiefer bergwerk hat alles die gleichen namen ja bei luigi nein du kriegst das nicht jetzt lass meine ich habe die münze die ich beim ersten mal test nicht gefunden ich finde das voll schlimm gerade irgendwie das rutschen ja das ist auch voll schlimm dass du unverwundbar bist es ganz schlimm gerade wieso ja warum wohl nicht wieso weil du mich dann immer behindert voll troll du ich soll von da cool fragen ob der stream bei mehreren daun ist öfter mal was eigentlich nicht sein darf da ist gar nichts aber hier ist was wie was zwischen da hinkommen mit dem hirnchen mit dem hirnchen mit dir in begleitung mit einem hirnchen ja klar ja klar ich streame immer noch auf 27 p obwohl ich bei 1080p gerne streamen würde aber kann ich euch nicht antun genau du mal du bist ja unverwundbar das hat schon was ne haben wir das eigentlich schon gesehen was passiert wenn du ein power up mit dem ziel bringt ich habe eigentlich schon welche mitgebracht oder ich habe das nicht ich habe es nicht gut getan so ich habe es nicht richtig gesehen ich habe es nicht so richtig gesehen ich habe es schon mal klebe die läuft so toll so 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 schaffen wir das jetzt pass auf da wo das schaffst du nicht so ohne anzug mann jetzt bist du ganz tot na toll warum hat es geklatscht wieso haben wir zwei münzen ach so weil ich die geholt habe ich will ich oh manno dieses scheiß gerutsche ne ach also du hast noch 30 sekunden ja das reicht doch ach leck mich doch leck mich doch am arsch mann da das passiert wir kriegen One-Ups ach du krieg One-Ups das ist ja hui hihi dankeschön ich bin schon extra anlaufhass ja klar ah das haben wir beim anderen nicht einmal gehabt ne stimmt aber da hatten wir auch nicht Mopsi was hat das mit Mopsi zu tun Mopsi ist schlimm das ist schlimm wenn du das als Mitspieler hast ist das schrecklich du kannst es doch nur als Mitspieler haben ja weil der weil der überall durchrennen kann ja ist doch schön wohin dahin ich finde das herrlich na du ja ja oh die äußeren die äußeren beide links und rechts ok ganz rechts ist das One-Up ja nein ah ja monje oh das sah aus ob du es gegen getreten hättest hihihi hihihi frei frei alles grün alles grün es ist schlimm das grün wurde nochmal aufgebessert in diesem Spiel es ist uns schon wunder als ob kein grüner Yoshi läuft ja abgebrannt den Ritzelturm oh Gott ähm das Schloss hat direkt ein Niveau macht das äh Feuer mich äh bin ich dagegen auch unverwundbar müsstest du testen haaa ich weiß nicht ob ich das testen will deine Chance das zu testen hui ich will jetzt ich auch ich will den oh manu ich wollte den Pilz haben wie schnell die nein verdammt 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 ach ja ja hüpf mir halt auf den Kopf hüpf mir auf den Kopf hüpf mir auf den Kopf du so ich will jetzt versuchen ob das Feuer mich umbringen mir tut's weh ja nein you don't stay oh ich glaub mir nicht toll und du einfach gegen ach mann ich bin zu doof ins Feuer zu rennen du solltest öfter ins Feuer rennen wollen dann bist du nicht getroffen ach fuck ich sterbe ah scheiße als Mopsi ja weil ich runterfalle weil ich so doof bin uh was ist da uh uh wie komm ich denn da hoch ach so da ist noch ein Ding komm hier drauf oh ich schaff's doch nicht meiner ich will den anderen eeeh meiner oh oh wie fies er jetzt ist jetzt hol den ja gut wenigstens etwas ach diese steuerung aber das ist nur die Mopsi steuerung ja oh god was ist denn hier los party ähm ja ich geh dann mal ja geh dann mal oh man kriegt beim Boss 100 dazu Sekunden ich will auch ich will auch ich will auch ich will auch oh god dieses mal habe ich kein einziges Power up eingesackt ähm kann ich jetzt einfach immer gegen den rennen versuch mal okay ich blinke warum keine ahnung weil ich gegen den gerannt bin du kriegst aber keinen Schaden nö Mopsi ist so OP Mopsi ist lame ich muss dann wieder tot nehmen das ist sonst doof Mopsi ist von lame mode ja willst du den tot dann jetzt nehmen ja das ist ja langweilig sonst ich denke wir haben Mopsi ausgiebig gezeigt ja 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 nein das hatten wir damals nicht nein ja ist ok ja Peter ist ok jetzt nicht ja ja kann man irgendwie so Spieleauswahl äh 1 ah welchen wird es den gelben ne ich hab den gelben nochmal ne ja den gelben ja 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 so komm wie alles auf Luigi gestimmt ist sogar das Zwischenspeichern-Icon ja klar und das ist grün alles ist grün ja vorher alles rot ne ne ja doch ne blau blau ne ja oh god what the fuck ähm ich möchte aber am liebsten ich bin immer noch ich bin immer noch rutscht du jetzt immer noch so ne jetzt ist viel besser Luigi ist voll schlimm weil der rutscht aber ich hab auch so einen Flatter Sprung jetzt und wie ist das normal jetzt bei dem was oh nein ich will das haben ja ach jetzt musst du wieder Power-ups sammeln ja 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 siehst du mal was du davon hattest wiii willst du keine Power-ups mehr wuuu ist hier oben das war ein bisschen gequietscht ja 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 guck mal das auch grün ja 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 so da ist nichts kann man da rein wie das genommen oh 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 nein oh nein jetzt kommst du nicht mehr runter oh nein da oben kann man rein oh nein oh nein oh nein oh nein oh nein oh nein verdammt stopp da ist die Münze denkst du an das Zeitlimit ach verdammt ja das musst du machen die Münze oh was oh oh voll Kombo was ist da oben komm hier fällt die Münze bestimmt wohl an geht doch nicht oh oh gott dann kann man da werden oh fuck 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 ui 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 nein oh da muss man Joshi haben tja scheiße ah ich glaub das mit den Münzen wird nichts ah man die Zeit ist immer so kurz das wird ein Stress das wird stressig ja Yoshi zum Baby Yoshi willst du ja Baby Yoshi Baby Yoshi Baby Yoshi hey ich bin dein Baby Yoshi 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 lecker rein mach die 100% ja vielleicht mal sehen wie wir Lust haben wahrscheinlich werde ich dann alleine die Münze holen müssen das ist nicht nett what the fuck was kommt der nochmal der konnte glaube ich liegen oder yes oh oh nein oh nein oh nein oh Gott achso das ist dir neun scheiße 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 was wieso tust du mir das an wieso tust du mir das an ich dir ja oh hättest du mich nicht vorher befreien können ich wusste nicht dass das so hoch kommt ich wusste nicht dass das so hoch kommt ich habe vergessen das Gamepad an den Strom zu schließen ist das ein Problem ich weiß es nicht ob es dann einfach ausgeht ob das Spiel dann noch weiter läuft Wie ja immer gleich diese Musik kommt von den hundert Minuten übrig nur noch. Durch dieser vierte Sprung. Ah! Puh! Twitch lag total. Bei mir aber nicht. Ich verwerfe keine Frames. Du verwirfst keine Frames? Es fängt schon wieder so gut an. Ich springe so hoch. Das ist so ungewohnt. Das ist halt das Kaizo-Mario für Lou. Ja, das ist schon... Dieses Rutschen! Ich komme nicht darauf klar. Und ja, also... Todrutscht jetzt auch leicht. Also... Wurde alles Angeluigit irgendwie. Angeluigit? Ja. Das klingt wie angelutscht. Nein, doch Warno! Das ist gut voll angelutscht. Oh, dieses Rutschen, ne? Oh. Ja, ich stehe da hoch. Ja. Ich hab... Wann kann man sterben? Ach mann! Es ist grad ein bisschen pustig. Oh, cool. Hi. Dann hol's auch. Ja, hab's geholt. Ich fände jetzt einfach weiter. Warte. Nein. Ja. Ich warte ja. Ich will das... Ich will nur mal das Ding treffen. Aber es ist nicht so einfach. Ah! Okay. Ah! Fuck! Fuck it! Fuck it! Fuck it! Da muss man sich voll dran gewöhnen. Oh nein! Es gab bestimmt irgendwo ne Münze, aber... Ja, natürlich gab's noch irgendwo ne Münze. Fehlt ja nur eine. Sie ist im Let's Play. Ja, das tue ich. Das tue ich! Mh! Hey! Achso. Haben wir Double Time. Nein, Mann ab! Das haben wir nötig. Ich glaub irgendwie... Hä? Es sah jetzt irgendwie komisch aus, das One-Up. Ich weiß nicht wieso. Vielleicht was extra grün? Hm.